Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Live in the Woods. Ja, mit unserem wunderschönen Bootsteg. Ich wünschte, ich könnte da in dieses Boot jetzt noch so ein Angler-NPC reinsetzen. Das wäre voll cool. Naja, ich habe hier schon direkt eine neue Idee gehabt. Ich weiß, wir wollen jetzt eigentlich das da bauen. Das machen wir auch direkt. Aber ich möchte hier schon mal was vorbereiten. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, wie genau ich das mache. Ähm, ja, Heidenwood glaube ich schon... Oh, das war schon falsch. Dann muss ich mal gerade tatsächlich einfach umprobieren. Ob ich das mit Blöcken oder mit den Treppen jetzt mache. Ich möchte hier jetzt nämlich... Ich glaube, erstmal müssen wir noch eins weitergehen. Moment, wo sind die Slaps? Ach, geht das überhaupt? Warte mal. Äh, verdammt. Ah, diese Slaps immer. Das ist so schade. Warum macht man das so? Das verstehe ich nicht. Wer sich das so ausgedacht hat, dass man da ja nichts draufstellen kann, ist doch voll sinnfrei eigentlich. Okay, dann müssen wir es ein bisschen anders machen. Ähm, die normalen Palmwurz, wo sind... Achso, nee, das Haar nicht. Da. Dann müssen wir das doch so machen. Ich will das nur schon mal vorbereiten. Wir machen aber trotzdem erstmal... Ähm, hallo? Machen wir es halt so. Äh, ja doch. Dreierbreite, glaube ich. Dann machen wir das hier vielleicht nochmal ein bisschen länger. Weiß ich gerade nicht, ob das dann doof aussieht. Mh, da brauchen wir auf jeden Fall... Wir bräuchten fast Viererbreite, weil das soll schon mit, ähm... Ja, irgendwie mit Geländer dann auch sein. Jetzt frage ich mich gerade, ob das hier sinnvoll ist, dass das dann nur... Ja, mit einem sieht dann blöd aus. Aber jetzt ist es gerade halt noch schön... Ordentlich. Hm. Verdammt. Dann müssen wir die Dreierbreite wohl lassen. Geht jetzt leider nicht anders. Das ärgert mich gerade. Wir können auch direkt hier eine Viererbreite draus machen, aber es ist mir einfach viel zu breit. Wir sind steig, so eine Viererbreite. Die müssen wir so lassen. Ähm. Gucke ich mir gleich mal an, wie das dann aussieht. Moment, dann machen wir das hier doch mal kurz ein Stück, nur dass ich sehe, ob das jetzt total scheiße dann dadurch aussieht. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das dann doch doof ist. Ähm, wir haben nur vier Stück. Gut, dann müssen wir nochmal kurz ran. Wird schon wieder dunkel? Ach, weißt du, gibt's doch nicht. Haben wir noch Sticks? Nein. Gut. Ähm, dann mache ich jetzt Sticks daraus. Ich will ja nur mal ausprobieren, dass... Äh, so, ja. Machen wir einfach mal kurz einen Park. Kleiner, so. Zehn Stück reicht für unseren Test. Haben wir gar keine Sticks mehr in der Tasche? Das ist ja komisch. Ja, war so, als hätten wir welche gemacht. So, wie sieht das jetzt aus? Dezent beschissen. Oder? Ach komm, kann man so lassen, oder? Dann geht man hier halt als Einerbreite rüber, ist jetzt halt so. Ich lasse das mal, ähm, wir machen das nicht mit den Dingern hier, aber ich lasse das mal kurz als Erinnerung sozusagen stehen. Ich wäre aber fast dafür, so gerne noch eins höher zu setzen. Vielleicht. Moment. Das probiere ich mal kurz aus. Ich weiß, wir bauen gleich das Haus. Auf jeden Fall. Ja, wenn ein runtergefallen war. Mist. Sammeln wir gleich wieder ein. Aber ich glaube wirklich, dass sie besser ist, wenn man das noch eins höher macht. Sind hier jetzt noch irgendwo welche? Hallo? Nein. Okay, doch nicht. Oh, ich kann... Ach, das ist aber cool, dass man tatsächlich hier hoch springen kann. Das habe ich gar nicht erwartet. Hm. Ne, Treppen haben wir noch. Okay, ähm, ja. Die werden wir jetzt auch alle nicht wieder kriegen. Verdammt. So, dann noch mal reinspringen ins kalte Wasser. Vielleicht ist es ja gar nicht so kalt. So, wenn wir jetzt hier das noch eins höher... Kann man machen? Ja, doch, kann man. Ist okay. Ähm, und jetzt hier erst ran? Oder ist das zu hoch? Das wirkt dann vielleicht schon fast wieder wie so ein... Jetzt wollten wir fast in den Himmel rein. Ja, gut, so hoch nicht, aber... Ähm, aber ich glaube, gefällt mir besser, wenn es ein bisschen höher ist. Ja, lassen wir so. Ich hätte gerne Blöcke wieder. Ja, und dann merken wir uns das, dass wir das so weitermachen. Und da hinten, äh, kommt dann wirklich unser kleines Fischrestaurant. Hier kommt dann unsere kleine Hütte. Und da hinten dann das Fischrestaurant. Ja, wie gesagt, wie bei... Ja, ist ja so ein bisschen geklaut von Final Fantasy. Kann ich jetzt auch nicht erinnern. Ich mach hier, wie gesagt, ähm, die Dinger nur schon mal hin. Das war's. Nicht vergessen, dass die dann auch... Dass das dann auch eingezäunt ist alles. Geht das? Ne, das sieht doof aus. Passt, dass wir gerade Final Fantasy Musik dazu haben. So. So. Ähm, ich möchte ein kleines... Ja, hier, wie gesagt, eine kleine Terrasse. Und hier müssen wir mal gucken, wie breit. Was sind das hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, passt. Ja, hier soll nämlich dann so ein Fenster sein, wo man sagt, hey, hier, äh, ich hab gern ein Bötchen. Dankeschön. Achso, aber es sollte ja gar nicht in der Farbe eigentlich sein. Guck mal, das kann man auch machen. Einfach mal so akzentmäßig dann so arbeiten. Finde ich, glaube, gar nicht mal so schlecht. Vielleicht machen wir das dann einmal durch... Ach, warte mal. Vielleicht machen wir das auch einfach mit Baumstämme hier vorne. Ich guck mir das mal kurz so an. Kann man auf jeden Fall machen. Aber tatsächlich, wie wäre denn das mit diesem Baumstämme hier? Das will ich mal sehen. Reiß mal eins ab. Wie gesagt, mein Korf des Bauen. Da probiert man einfach halt fröhlich munter aus, was so rauskommt. Hm. Wenn ich mir das jetzt so angucke... Nee, hab ne andere Idee. Die benutzen wir anders. Wenn wir die benutzen, vielleicht auch die Pineview-Dinger. Da bin ich mir noch nicht sicher. Aber hier möchte ich doch die haben. So, haben wir hier unser Thekenfenster. Ähm... Eins höher noch. Halt so. War... So, haben wir das schon mal zu? Und ja, hier geht's dann halt einfach weiter. Ich würde jetzt einfach... Ich glaube, wir haben von dem Holz echt genug, dass wir das einfach so benutzen können. Froh und munter. Hm. Vielleicht zieh mir das auch wirklich einfach so durch. Warte mal. Dass wir hier jetzt wieder unten so arbeiten. Gibt halt einfach mal ne Art kleinen Kontrast. Das jetzt nix dolles, aber ein bisschen halt. Ähm... Hier wieder das saßt. Warte mal, ich stell mal ein Bett auf. Hm... Das seht ihr wahrscheinlich nicht sehr viel. So. Dann sehen wir gleich mal bei Tageslicht, wie das überhaupt aussieht. Und nicht so in diesem schimmrigen Licht. Ja doch, ich glaube, das ist ganz cool. Hm... Ich bin mir gerade mit dem hier nicht sicher. Na doch, machen wir so. Das hier ist das Problem. Das ist falsch. So. Jetzt geht's hier nämlich genau so weiter. Oh, wir sind zu weit gegangen. Upsa. Äh, Moment. Obwohl man das natürlich auch machen kann. Ähm... Ist ein bisschen klein, ne? Also, wenn wir jetzt hier so... Das muss ja nicht groß sein. Aber nach hinten hin müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen gehen. Das ist dezent klein. Hier kann man nicht mehr wirklich viel lagern. Also, ich meine, hier soll auch nicht viel rein. Wir müssen mal überlegen. Hier ist jetzt das Fenster für den Typen. Guck mal, hier ist eigentlich gar nix. Hier kann man eigentlich auch dicht machen, oder? Weiß ich nicht. Oder hier vielleicht so ein Gucken... Hier kann man vielleicht schon so einen kleinen Pfad, ähm, sehen dann. Wenn wir den irgendwie ausbauen, ob da jemand kommt. Okay, lassen wir mal. Ähm... Aber nicht groß. Da machen wir nur so ein kleines Fenster. Guck mal, das reicht. Würde ich sagen. Vielleicht kommt es auch ganz... Nee, kommt ganz weg. Da hängen wir lieber Bilder hin und mal ein paar Schränke oder so hin. Der braucht ja auch Stuff hier. Sonst wird das ja gar nix. Ähm, hier wird auf jeden Fall abgetrennt. Egal, ob es hier noch irgendwie weitergeht. Das ist hier so ein abgetrenntes Kabuff. So, jetzt kommt man hier raus. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir hier wirklich noch ein bisschen in die Breite. Hm, das ist mir echt schon fast zu wenig. Ich würde schon eher... Warte mal. Ja, ich würde schon fast hier sagen. Ja. Also das hier hätte ich wirklich gerne noch. Würde ich sagen. Da hinten kommt noch ein Haus hin. Und hier... Ich gucke mir das mal kurz mit dem Pinewood an. Wir machen da hinten gleich noch ordentlich. Keine Sorge. Oder das andere. Nee, ich glaube, das finde ich schöner. Das passt auch zu unserem Steg. Ja, das passt. Ähm, nee, da komme ich jetzt nicht ran. Moment. Wir haben leider nicht die richtige Zaunfarbe, wenn wir das jetzt mit denen machen. Eigentlich müssten wir nochmal Holz holen für... Ja, können wir jetzt leider keinen Zaun machen. Da müssen wir noch warten. Hier ist genug Platz. Das ist okay. Das ist auch okay. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ähm, die Tür wäre dann wahrscheinlich eher hier vorne. Eigentlich würde ich die an der Seite. Ich hätte gerne hier. Geht ja auch eigentlich, wenn wir jetzt hier durchkommen. Warte mal. Wir machen hier einmal dicht. Also hier ist der Stand. Und ja, hier müssen wir nochmal weghauen. Leider. Das ist jetzt nicht so viel. Und dann müssen wir hier echt noch ein bisschen, ähm, bergab machen. So. Ja, ein bisschen muss noch weg. Ähm. Die Ecke. Ja, kann so bleiben. Hier hätte ich gerne ein schönes Fenster. Wie breit machen. Komm, aber breit. Das ist, äh, durchaus okay so. So. Komme ich da ran? Ja, gerade so. Oh, hier ist die Tür. Hier ist zu. Ähm. Hier vielleicht noch ein Fenster. Ne, dann guckt man den direkt an. Das ist auch doof. Aber hier, die Dreierbreite bleibt als Fenster. So. Muss ich jetzt hier mal schauen. Ja, ja. So. Ach, guck. Wir müssen auch Glasscheiben machen, glaube ich, erstmal. Wir haben, glaube ich, gar keine. Dann müssen wir da noch was machen. Das hätte man tatsächlich schon vorbereiten können im Ofen. Aber naja. Wenn man nicht vorausplant. Äh, vielleicht haben wir ja noch Glasscheiben. Ich weiß es nicht, ob wir da irgendwie was vorgeplant haben. Jetzt brauche ich nochmal eben den Harden da dort. Ich finde es ganz cool und entspannt, tatsächlich mal gerade ein bisschen zu bauen. Es ist aber tatsächlich gerade ziemlich spät, äh, wo ich jetzt hier aufnehme. Ähm, ja, weil irgendwie waren wir gerade so danach. Minecraft ist generell auch so ein Spiel, was ich gerne spiele, wenn ich so viel im Kopf habe, Stress habe. Dann, ja, dann ist es einfach entspannt. So. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich jedem Minecraft-Spieler sowas einfach. Außer man spielt jetzt halt diese Gegeneinander-Korb-Dinger. Die aber so gar nicht mein Fall sind. Ansonsten ist es einfach nur so eine Entspannung pur, finde ich. Vor allem, wenn man sich noch schöne Musik dazu anmacht, die ihr kaum hört wegen meinem Gequatsche. Tut mir leid. So. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß, da bei mir zu gucken. Und ich hoffe, das Ding hier wird so, wie ich es mir vorstelle. Aber ich glaube, das hat schon... Oh. Ja. Nein. Ich glaube, das ist schon einigermaßen okay. Sagt mir nicht, dass es die letzten waren. Oh. Gut. Puh. Hat er jetzt schon leicht Angst? Oh, guck mal, hier ist auch was nachgerutscht. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, so reicht das auch schon. Müssen wir jetzt mal gucken. Oh, doch ein bisschen eng hier, wa? Also, ich meine, das ist ja nur so ein kleines... Hier soll ich, er hat irgendwie noch ein Schiff und... Äh, ein Schiff. Ja. In diesen Raum kommt ein riesengroßer Luxus-Aida-Dampfer. Damit machen wir dann unsere Kreuzfahrt. Der wird hier rausgefahren durch so ein Garagen-Schiffstor. Hier ist die Schleuse, hier kommt das Boot dann raus und... Nee. Kein Schiff. Wir bauen jetzt keine Aida-Cruises danach. Nein. Ähm, wir machen hier so einen kleinen Schlafkapuf einfach. Also für den Typen, der hier halt arbeitet. Hier kommt eine kleine... Ein kleiner Schrank für den ganzen Fisch, den man fängt. Und dann ist da halt, ähm, die kleine Schlafkajüte. Wie gesagt, ich möchte kein Doppelstockwerk-Dreifach-Dingchen bauen. Das wäre, glaube ich, etwas leicht übertrieben. So, hier kommt kein Fenster hin. Ähm, da. So, machen wir erstmal hier dicht. Ich muss mir in den Fenstern noch gucken. Ja, ich glaube, das wird hübsch. Ich meine, hat er hier vollen Ausblick? Ich weiß gar nicht, lassen wir das so groß? Der ist hier total offen, so ein bisschen, ne? Vielleicht sollten wir hier nicht so... Vielleicht auch gar nicht. Warte mal, ich gucke mir das mal eben an. Vielleicht machen wir das hier ganz anders. Binnen mir gerade unschlüssig. Mal, hier haben wir schon so ein Riesending wegen dem Verkaufsding. Ja, komm, dann lassen wir da erstmal so ein kleines. Man muss ja nicht mitten reinschauen. Hier sieht er nicht so viel. Da braucht er auch kein großes Fenster. Vielleicht auch einfach gar kein Spend. Da muss ja auch noch irgendwo ein Schrank hin. Ähm, so, jetzt müssen wir mal überlegen. Hier wäre zu. Ist das hier? Ja. Hier also auch nichts. Hier kommt die Tür hin. Hier dicht. So, Türen müssen wir auch noch machen. Ja, komm, das reicht locker hier alles. Hier ist dann auch wieder... Hier ist alles dicht, ne? Aber es bringt ja auch nichts, hier ein Fenster hinzusetzen, weil man sieht ja auch nichts Gutes. Außer wir würden den ganzen Berg da abtragen, aber eher... Nein. So. Glas. Wir brauchen Glas. Das finde ich ganz cool, dass der hier so den vollen Ausblick hat. Warte mal, wir können sogar einfach mal... Achso, wir haben sonst kein Bett mehr, wa? Ich möchte es trotzdem hinstellen. Ähm, so. Oder... Ne, warte mal. Das ist doof. Ich glaube, keiner würde so sein Bett hinstellen, sondern eher alle so. Dann kommt hier noch irgendwie so ein... Ne, kommen gefällt mir auch nicht. So. Jetzt haben wir mehr Platz. Jetzt können wir hier noch irgendwas anderes... Hier sollte einen Schrank hin, ne? Ne, hat jetzt keinen Schrank. So, Schränke werden überbewertet. Hier kommt noch eine Kommode hin. Die Schüssel... Warte mal, das könnten wir gleich mal machen. Uns ein paar Möbel zurecht schüsseln. Oder machen wir das überhaupt aus dem Holz? Warte mal. Na, vielleicht machen wir das aus ganz anderem Holz, weil das ist, glaube ich, zu langweilig. Also mir zu langweilig. Ähm, da hin. Da holen wir uns noch was. Also wir brauchen noch Holz für Möbel. Und wir brauchen auf jeden Fall Kisten. Na, Kisten können wir uns vielleicht machen, das ist kein Problem. Also für den gefangenen Fisch, ne? Das können wir ja mal eben direkt machen. Boah, das ging jetzt schneller als gedacht. Also, ähm, Küste? Ach, falsche Holz. Mann. Ich bin blöd. So, ja, das ging jetzt schneller als gedacht. Aber wir müssen... Ne, kommen jetzt natürlich noch die ganzen Feinheiten. Aber so an sich ist die Hütte ja fast so fertig. Ich denke mal drei reichen. Wir hätten mal vier machen sollen. Ne. Ähm. Hier sollen auch noch irgendwie so schränkemäßig was hin. Ich würde sagen, die Angler... Hier kommt eine große Anglerkiste hin. Und hier arbeitet er ja. Guck mal, wir können das auch sogar nochmal trennen. Obwohl das dann zu viel trennen, oder? Wenn wir jetzt hier nochmal... Hm. Wie sieht das aus, wenn wir hier so durchgucken? Kann man hier komplett einmal durchgucken, ja. Ist egal, lassen wir erstmal. Ich glaube, ich möchte das nicht unbedingt trennen. Wir müssen hier oben noch ein Dach machen. Ich mach das erstmal einmal so dicht. Falls es jetzt regnen sollte, dass wir nicht im Regen stehen. Holz sollten wir genug haben. Und dann gucken wir aber, dass wir da vielleicht oben noch irgendwie ein kleines, schönes Dächlein hinbekommen. Diesmal machen wir hier nichts mit Glas. Das haben wir ja beim Gewächshaus gemacht. Das möchte ich jetzt hier aber nicht. Können wir hier mal im Schlafzimmer. Aber gut. Nee, ich glaube, ich möchte eher mal ein richtiges Dach machen. Nein. Gut, wir haben noch... Naja, das hat mich auch gewundert, wenn nicht. Und wir müssen auch mit Fackeln dann unbedingt was machen. Aber gut. Jetzt haben wir hier noch eine Kiste. Guck mal, die können wir auch hier vorne hinstellen. Dann sieht es echt so aus. Das steht hier halt. Und wenn er was braucht aus seiner Truhe, dann nimmt das da raus. Warte mal, ich stelle es in die andere Recke. So, dann nimmt das dann raus. Hey, ich hätte gern ein Fischbrötchen. Dann hier ein Fischbrötchen. Ach nee, ist ja gar nicht... Stimmt, hier ist ja... Hier ist ja eigentlich Bootsverleih. Naja, hier Boot. Dann nimmt das Boot raus aus der Kiste. Kennt man ja so aus dem Bootsverleih. Da wird erstmal das Tretboot aus einer kleinen Kiste rausgenommen. Und dann vergrößert sich. Okay. Bevor ich jetzt noch mehr Schwachsinn rede. Das hier würde ich gerne noch machen. Einmal ordentlich. Ich hasse das immer, wenn so viele Sachen angefangen sind. Äh, ist die richtige Höhe? Ja. Wie verbinden wir das eigentlich? Oh, ja, mit der Axt. Ist jetzt die Frage mit dem Holz auch? Oder? Ich will mal was probieren. Wie sieht denn das aus? Ach ja, genau so. Nein. Ne, sieht aber auch nicht aus. Ich glaube auch nicht, wenn wir das Holz ändern. Das sieht komisch aus. Ich wäre fast dafür, da auch dieses Pein wird einfach als Balken lang zu machen. Zu dick, wa? Bin mir nicht sicher. Entschuldigung für Schmatzen gerade. Ne, gefällt mir nicht. Gefällt mir wirklich nicht. Gucken wir mal, ob wir überhaupt zum Balken machen oder ob wir das lassen. Komm. Ich glaube, wir lassen das. Wir stellen hier einfach gleich einen Zaun hin. Äh, wir müssen mal schlafen gehen. Wie spät? Okay, äh, wir müssen auch die Folge beenden. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt die Folge. In der nächsten machen wir hier weiter. Vielleicht bereite ich dann jetzt einfach schon mal Sand und sowas vor, damit wir dann direkt einsteigen können. Also bis dann. Dann. Bis zum nächsten Mal.